Warte, 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 ich habe einen Plan. Oh, ups. Warte. Oh ja, essen. Oh ja, lecker, lecker. Na, komm mit. Ja. Okay, hey, hau zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Paradise. Während Lucky unsere Folge wunderbar musikalisch untermalt. Richtig, ich bin in der Musikergang. Du blubberst übrigens schon wieder. Blubber? Ja, ich habe alle Gästen. Er blubbert immer. Ah ja, dieses Mal sogar mit zwei Gästen. Der Captain Lucky und der Hakmi. Hi. Der irgendwo hinten an seinem Haus rumbastelt. Ist schön. Mit den Massen an Ton, die wir gefunden haben. Ich habe übrigens ein neues Gemälde, ist nicht wunderschön? Schaden. Ich glaube, ich habe kein Eisen mehr. Verdammt. Oh, das ist schlecht. Ich habe jede Menge. Weil Lucky hat mich ja getötet. Ja, was? Achso, ja. Oh nein. Ja, Lucky hat mich getötet. Ich habe mich ja nicht, sondern irgendwer der Portal hinter Nylos Haus gestellt hat. Mhm. Wo ist das? Ja, hat noch. Stimmt, das haben wir vorhin auch festgestellt. Da stand auch dieses Random Portal hinter Nylos Haus. Ja, ja. Das ist die einzige Möglichkeit, dass diese drei Creeper in die Hölle gekommen sind. Stimmt, genau. Weil Creeper gehen ja nicht bis auf den Meeresgrund runter. Nee, nee, natürlich nicht. Eigentlich nicht, außer man drückt sie runter. Dem Kopf unter Wasser. Bist du da jetzt rein? Geh da jetzt rein. Ich wollte eigentlich produktiv sein. Aber? Aber ich gehe jetzt mal unten hier in mein kleines Chemielabor. Ich gehe Monsterfarm. Das hat so viel Spaß gemacht eben. Monsterfarm. Wir warten nur auf etwas. Genau. Auf etwas ganz Bestimmtes. Keiner weiß, was das ist, aber irgendwann wird es kommen. Wir können auch so... Ich bin dafür, dass wir auch so einen Nearly Death Counter machen. Er hat gerade nämlich irgendwie nur noch vier Herzen oder so gehabt. Wollen wir eigentlich generell einen Death Counter machen auf irgendeinem Datum? Das fände ich cool, ja. Aber so ein genereller Counter wäre richtig cool. Für die Frage, Counter beim Tab drücken oder Counter rechts am Rand mit so einem Scoreboard? Höch. Ich würde sagen eher beim Tab drücken, weil sonst hat man denen jedes Mal die ganze Zeit da, oder nicht? Ja, das wollte ich auch sagen, wäre richtig nervig, deswegen. So kann man sich dann wenigstens aussuchen, ob man das sehen will, oder nicht? Oh Gott, oh Gott. Oder wenn man es sehen möchte, ja. Weil die Idee ist cool. Hilfe, okay, ich bin ja wieder weg. Ein Captain Unlucky Death Counter. Copyright. Bei Captain Lucky 2015. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Ton jetzt anstellen soll. Ich finde den total klasse, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit tun soll, weil ich in meinem Haus sowieso keinen Stein verarbeitet habe. Ist das schwer, da irgendwas zu ersetzen jetzt. Aber ich finde den schon toll. Wenn man damit wenigstens irgendwas tun könnte noch. Irgendwie noch anderweitig verarbeiten könnte. Man kann bei mir einen Kamin werfen. Das geht immer gut. Ja, aber dann ist er ja weg. Das ist ja langweilig. Nein, ich werde von einem Skelett angegriffen. Komm mal mit, du. Drei Skelette, drei Skelette. Komm mal mit. Nicht du, lauf! Ich will noch ein bisschen mitsammeln. Komm, komm, komm. Wo ist denn der Lucky? Er liegt in dem Bett über der Träte, weil er will ja nicht mehr schlafen, weil er möchte am Tag dann produktiv sein eigentlich, aber irgendwie... Die sollen aufhören zu explodieren. Ja, meiner ist auch gerade explodiert. Das ist voll blöd. Und mein Schwert ist fast kaputt. Ich glaube, ich muss ein bisschen aufpassen. So, er ist in der Taverne, ja? Japp. Cool. So, dann lass mal die Tür mal auf. Reinspaziert, da rein spaziert. Wieso ist jetzt hier kein Monster mehr? Na, vor der Nacht ist noch ein bisschen, ne? Oh, da oben versteckt er sich. Kalder wird mich finden. Wir schmeißen ihn mit Karöttchen ab. Ich hab keine. Ich hab keine. Fried essen. Warte, nehm mich gerne. Ich guade, ich guade. Ich kann ihn mit Steinen bewerfen, warte. Okay, warte, 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 ich hab nen Plan. Oh, ups. Warte. Oh ja, essen. Oh ja, lecker, lecker. Na, komm mit. Mama, gib mal die Möhrchen. Das ist nervig. Gib mal bitte die Möhrchen, Mann. Komm. Der ist ja langweilig. Jetzt haben wir... Au, Hilfe. Oh mein Gott. Ah. Ah. Sehr freundlich, der Herr. Hier sind zwei Creeper. Die ist getreckt. Bumm. Vorsicht, ich hab was mitgebracht. Die sind die losen. Ja. Hast du nicht gesagt, wir produktiv sein? Na, Lucky. Nein! Um Gottes Willen. Am Marktplatz. Toll, jetzt hab ich die extra hierher gelockt. Wir haben sowas. Komm alle mit. Komm hier, habt ihr Möhrchen. Ihr mögt das doch bestimmt. Ich hab gehört, Untoten, die brauchen den Roten. Sind die alle da im Wasser, Mann. Das ist doch blöd. Ich wollte eigentlich schon die letzten 50 Folgen produktiv sein. Und hat's geklappt? Ja, Jahrhundermod halt, gell. Das ist immer produktiv. Auch wenn es regnet. YOLO. Regen gefällt mir nicht so. Oh, Wasserläufer. Hä? War der grad nicht noch hier? Was? Wer? Das Lucky. Ich hab die jetzt alle ins Wasser gelockt, Mann. Scheiße. Wenn ich harallieren hier am Marktplatz, gibt sie gestrafen. Ich hasse Regen, ganz ehrlich. Oh, ich glaub, ich geh mal wieder Turrenfarmen. Aber hier ist ganz schön heftig viel los im Wasser. Ja, sag ich euch. Ich hab die jetzt alle ins Wasser gelockt. Das war jetzt nicht so. Oh, Free XP. Yeah. Nein, ich meine XP. Ich bin doch... Nein. Ich meine XP. Das war alles teuer. Das ist auch so genial. Denn man kommt in die Farmwelt. Man sieht, in welche Richtung die Leute sich verstreut zum Farmen haben. Überall so ne Spur aus Crafting-Table. So ne Spur aus Crafting-Table. Ich brauch ein Pferd, ey. Pferd, ey? Ja. Und das nenn ich dann auch voll das Pferd, ey. Oh Gott, ich kann nicht mehr rennen. Das ist nachts tödlich. Du hattest doch gesagt, wenn man der Theorie gucken könnte, wer das meiste Geld hat mit den Währungsplaggen, wäre das ja wohl der Schwanzvergleich. Ja. Wäre ich dieses mit dem Kill-Counter auch nicht der jüngste Schwanzvergleich, wer wenigstens gestorben ist? Nein, das ist ja einfach nur so just for fun. Der Kill-Counter ist ja nur, um zu gucken, also um den Leuten zu zeigen, wie oft du stirbst. Ah, ja. Und der Name würde da ja nicht auftauchen. Das ist der Unlucky-Timer. Müsste so... Der Unlucky-Timer, genau das ist es. Könnte sogar mal nennen. Wäre auch kein Problem. Aber es wäre so lustig, wenn am Ende der Doom-Mail-Table ist und ich... Also ich bin bisher ein einziges Mal gestorben und auch nur, weil Creeper, also drei Creeper hinter dem Höllenportal im Nether drin waren. Also ich baue mich mal da rein. Und ich während des Spawns, also als ich gerade hier, dass ich hier mitgekriegt habe und rüber geswappt bin, drei Kilometer weit in die Lava gekickt wurde. Rüber geswappt. Ja, bleiben so alle. Und da du das Höllenportal da platziert hast, bist du das auch schuld. Deswegen hat Lucky ihn getötet. Ja, halt ein Kratzer-Boll, gell? Absolut. Ja, da sind die Agatien, dann muss das bei Jungen gleich kommen. Ja, aber schon wieder 20 Level, also... Ach, bleib nachts. Ich hab 13. Ich will nie wieder schlafen. Jetzt ein Robin. Das sagen die Rave war auch immer. Und dann schlucken sie nur noch Ecstasy, damit sie auch noch schön drauf sind. Kannst ja gucken, ob du sowas hier in Minecraft anbauen kannst. LSD. Machen wir Rave Party. Ja, ich esse einfach das Schaf von Jaricho. Nein! Stimmt. Nicht mein Stab, nicht Jeb. Jeb? Ja, das heißt Jeb. Jeb. Wenn man das so nennen muss, damit O. Das erinnert mich gerade an diese Single-Börsen-Böns-Werbung da. Nein, mein Name ist Jeb. Was? Du guckst ja kein TV, ne? Richtig. Also nicht so aktiv. Ja. Es gibt so eine Single-Börsen-Werbung. So dieses Elite... Wie heißt er nicht? Elite PvP war fürs Zocken. Elite PvP. Elite Partner. Elite Dating oder so. Elite Partner, genau. Und sowas gibt es auch. Und dann siehst du immer diesen Typen in der Werbung, der da anscheinend eine spannende Nachbarnfrau hatte. Die Frau bedankt sich dann. Danke, Mari. Und dann hörst du immer von ihm. Nein, mein Name ist Jeb. Okay. Nice. Ja, aber ich hab mich verlaufen. Eigentlich muss das Biom doch schon längst auftauchen. Verdammt. Du musst nur gerade auflaufen, durch die Wüste durch und dann rechts halten. Und dann ist es eigentlich einfach. Hm. Ist es schon produktiv, Jarcho? Ja. Ganz sehr produktiv. Ganz sehr produktiv. Was machst du? Ich hab gerade mein Feld abge... abgefarmt, damit ich wieder... ...mein Stroh dach hier erweitern kann. Meine Folge nicht einfach. Wir essen Jab und essen mit Jab auf. Nein. Oh, ich... Wenn du die Folge so benennen würdest, ne? Was war jetzt so wie geschockt, die sofort in die Folge reinklickt? Was willst du denn hier? Du Blubber. Leider auf jeden Fall, das war jetzt zu einfach für euch, dann zu wissen, wie es wirklich ist. Endlich. Ja. Ja, ja, mach ich nicht. Keine Sorge. Ah. Aber nicht, aber nicht ihr sagen. Okay, sag ich ihr nicht. Dann führ das auf. Diese echte Räune. Alright. Ich hab auch gar nicht hingehört. Äh, wir können nicht drehen. Ich einfach jetzt massenhaft Ton in meinem Inventar hab. Ja, wenn du nix anfangen kannst, schmeiß es bei mir ins Haus. Nein, ich will das nicht wegwerfen. Du hast ja nicht weg, du recycelst es ja. Wenn man das in deinen Kamin schmeißt, dann ist es weg. Hör auf, wenn man eine Jukebox rumzupft. Ich würde so ne Band aufmachen, Alter. Ey! Du hast abgebaut. Hört sich so an, ne? So wie, du hast nachgelassen, du hast abgebaut. Muskeln abgebaut. Da sind Leute an der Haustür. Die wollen Staubsauger verkaufen. Die können nicht mal irgendwie keinen Staubsauger kaufen. Soll ich ein Handfeger? Nein. Man wartet einfach so lange, bis die Wollmäuse sich zusammen vereinen und aus der Tür rausrollen. Als ob die sich vereinen würden und dann aus der Tür rausrollen. Dann hast du noch nie nach nem Jahr unter dein Bett geguckt. Ja. Nee, ich hab einen Staubsauger. Also ich bin eigentlich eine sehr ordentliche Person. Aber das hast du schon mal, dass du so ein tiefes Bett hast, dass du da mit dem Staubsauger nicht runterkommst. Ja. Und solche Ecken vergisst man mal ganz schnell. Nein, ich bin eng geschmehrt. Nein. Nein. Kevin, rette mich. Nein. Du bug me. Ist ja auch lustig. So ein Superheld in der Paradise-Welt. Da 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 da. Lass dich jetzt nicht mehr raus, nee. Aber ich möchte hier nicht wohnen. Das ist langweilig hier. Hier gibt's keine Computer. Ich möchte Internet. Jetzt hättest du mit rauskommen müssen, du. Ach Mist, ich hab's noch mal. Ich hab's noch mal wieder an. Das... Sprinten, Sprinten. Aua. Oh, er hat mich gehauen. Nein, der Hund, der Hund, der Hund. Oh nein, ich bin schon wieder. Ich bin wieder rumrein. Ich will nicht zum Hund. Ich komm hier nicht rein. Ich komm hier nicht raus, ey. So sehen wir jetzt doch eine Aufnahme, in dem er sofort stirbt. Nein, leider nicht. Das wäre eigentlich ein Tod. Das wäre kein Random-Tod. Das wäre einfach nur Tod durch Frauenschlägerei. Ich glaub, die nächste Folge mach ich... Tod durch Frauenschlägerei. Das ist immer richtig. Weil wenn er nicht weiß, dass ich aufnehme, dann gibt er sich keine Mühe zu überleben. Das gibt immer Mühe. Wenn sie nicht mehr diesen Timer nachher erstellen, zwischen jetzt... Vielleicht erst einmal diesen Timer erstellen, mit diesem Counter. Und dann werde ich ihm ein ganzes Leben lang Mühe geben. Ich hab jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht auf die Zeit geachtet. Profi, war Facebook schon dran? Hm? War Facebook schon dran? Nee, noch nicht. Warte, schreib das Krabschwappel bitte an. Facebook. Nein, 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 nein. Kein Facebook hier. Ich wollte nur nochmal deinen Ohr im Teppich zeigen. Pfui! Das ist ein Scheiße. Das muss sein, das ist Tradition. Das ist das Zusehen. Oh Mann. Wenn das nicht da wäre, dann hätte ich es vermisst nachher. Wenn ich es nochmal angucke. Wo bist du? Ähm, in... Nein, ich mein nicht dich, ich mein den anderen. Ich bin gerade nach Turner am Farm. Ach Mann, oh, ich wollte dein... Ich hab dir deinen Ohr im Teppich mal gezeigt. Oh, dann sehe ich dann in deiner Aufnahme, wie in deinem Texttonpaket der Ton aussieht. Das finde ich gut. Richtig. Immer interessant zu sehen, durch die Augen eines anderen. Und wie das alles aussieht. Mysteriös. So, dann würde ich sagen, wir enden dich aber die Folge auch mal. Ich habe keine Ahnung, bei wie vielen Minuten ich bin, aber das werde ich ja dann sehen. Ich war... Ich war mega produktiv, wie man gesehen hat. Ja. Wie immer. Am produktivsten bin ich immer noch, wenn andere aufnehmen. Das ist echt voll das Phänomen, ne? Wenn man selber aufnimmt, ist man sofort stinkend faul. Man hat bessere Sachen zu tun. Ja. Zum Beispiel Leute einsperren oder so. Genau. Oder Monster einfach in seine Richtung locken. Gemeinerei ist das. Macht aber Spaß. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Würde ich sagen, schaut unten in die Videobeschreibung. Da sind wichtige Links drin. Unter anderem die Folgen der anderen beiden. Der Laki... Nee, nicht Laki. Hakmi hat vorhin auch schon eine Folge aufgenommen. Und der Laki wird das jetzt wahrscheinlich noch. Hoffentlich stirbt er dann auch endlich mal. Das hört sich so dreist an, ne? Ich warte nur drauf. Naja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.